Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und heute werde ich mich einem wirklich heiß diskutierten und sehr heiklen Thema auf YouTube widmen, nämlich dem Quickscopen und mal meine Meinung zum Thema Quickscope ablassen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde nicht sagen, Quickscopen ist scheiß einfach oder Quickscopen ist overpowered oder Quickscopen ist ja das beste ever. Aber das werdet ihr jetzt nicht von mir hören, sondern ich werde wirklich erzählen, was ich zu diesem Thema denke. Es ist allein schon bescheuert, muss man vielleicht mal sagen, dass das wirklich so ein heißes Thema ist auf YouTube, denn letztendlich ist Quickscopen Spielmechanik. Es ist Spielmechanik wie Flaggen einnehmen oder SMG aus der Hüfte sprayen. Es ist Spielmechanik, es geht einfach. Es geht in unterschiedlichen Spielen unterschiedlich gut, allerdings gehen wir beispielsweise mal von Blackrops 2 aus, es funktioniert. Es ist halt einfach im Spiel drin, es ist Spielmechanik wie alles andere auch. Das Problem am Quickscopen ist, geht mal auf ein Video beispielsweise, irgendein Video, wo einer Sniper spielt und mal angenommen, der Typ hat eine wirklich gute Runde. Er hat eine 50-5 Team-Deathmatch Sniper only. Also was, wo man sagen kann, super Runde. Allerdings, wenn er nicht Quickscopet in diesem Video, wenn er Hardscopet, die Kommentare sind voll von irgendwelchen Wichtigtouren, die dem Typ erzählen wollen. Doch tatsächlich, er spielt schlecht, weil er nicht Quickscopet und wie er quasi die Sniper-Klasse vergewaltigen kann mit Hardscopet, sowas in der Richtung. Ja, also es gibt da wirklich in dieser Quickscope-Szene, nenne ich es mal, ich nenne es absichtlich nicht Community, tatsächlich Leute, die der Meinung sind, sie führen jetzt quasi so die Krone des Spielens aus, dadurch, dass sie Quickscopen und alles andere ist scheiße. Dementsprechend, und es sind meistens, denke ich auch mal, Leute, die gar nicht mal sonderlich gut können, die halt dieser Meinung sind und da sind die gleichen Leute, die ingame dann extremst rumflamen, wenn sie um eine Ecke rennen, von einem SMG-Typ weggesprayt werden und den Typ dann übertrieben zuflamen, wie er denn so low sein kann und SMG spielen kann. Die kommen nicht auf die Idee, dass sie vielleicht beschissen um die Ecke gerannt sind oder dass sie doof über die Map hier laufen sind, nein, der SMG-Spieler ist schuld. Denn aus ihrer Sicht ist es ja so, hätte jetzt der SMG-Spieler auch Sniper gespielt, ja, hätten sie ja natürlich sofort gewonnen, weil sie selbst der bessere Quickscoper sind. Hätte der Sniper allerdings dann hart gescoped und sie gekillt, wenn sie um die Ecke gerannt werden, dann hätten sie auch wieder geflamed, weil ja Hardscopen per Default low ist, hätte er andere gequickscoped. Dann hätten sie natürlich gewonnen, weil sie ja der Meister Quickscoper sind, ja. Das ist die Logik überhaupt, also die trifft man sehr oft an, halt eben unter Videos, wo jemand Sniper spielt und halt eben nicht Quickscoped. Es wird auf Teufel komm raus versucht darzulegen, warum die eigene Spielweise denn die absolut überlegene und beste ist. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass das Spiel, also falls ich jetzt hier irgendwelche Leute anspreche, die das tatsächlich denken, ihr könnt mir nicht erzählen, dass dieses Spiel entworfen wurde, um zu Quickscopen. Es ist nicht intended, nicht gedacht vom Hersteller, dass das Spiel Quickscopen ist. Quickscopen ist ein Teil vom Spiel und zum Spiel gehören auch andere Teile. Das Spiel ist nicht Quickscopen. Ich habe die doofe Vermutung, dass vor allem in MW3 und in Black Ops 2 das Quickscopen in der heutigen Form drin ist, weil es eben so viele gibt, die das gerne mögen. Ich kann es nicht beweisen, ich habe einfach nur die blöde Vermutung, dass das wirklich so ist. Wie gesagt, ich kenne keinen von Treyarch, ich kenne keinen von Infinity Ward, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Und das ist das, was mir vor allem an der Quickscopen-Szene eben auf den Keks geht. Witmen wir uns mal dem Quickscopen an sich. Und das erste, was man da natürlich mitkriegt, ist die Balance-Diskussion. Die einen Leute sagen, Quickscopen ist übertrieben overpowered, weil man macht das ja mit einer Sniper, man macht One-Hit über Range, man macht One-Hit im Nahkampf. Wenn man dann noch relativ schnell ins Scope reingehen kann, dann ist das eigentlich viel zu stark. Die anderen sagen, nein, das stimmt nicht, Quickscopen ist schwierig, man hat es verdient, wenn man damit dann auch einen killt und eigentlich sind alle anderen auch low. Die Balance-Diskussion an sich kann man nicht pauschal beantworten. Man kann nicht sagen, es ist zu stark, es ist zu schwach. Das Problem, finde ich, aktuell beim Quickscopen ist einfach, wie so vieles übrigens in Call of Duty, es ist zu viel Random-Faktor dabei. Stellt euch mal folgende Szene vor, ihr spielt SMG, ihr spielt Assault Rifle, irgendwas, ihr seid eins vor eurer Killstreak, ja, es kommt irgendein Typ mit seiner Sniper um die Ecke gesprungen, scoped in eure Richtung und killt euch. So, jetzt weiß man ja natürlich nicht, war das jetzt einfach nur beschissener Zufall, dass er einfach mal gescoped hat und getroffen oder hat das wirklich drauf? Das ist das Problem. Man kann sich in diesem Fall einfach nicht sicher sein. Es ist überhaupt kein Problem, einfach mal zufällig ein paar Quickscopes zu treffen. Und das ist auch mein Kritikpunkt an vielen Montagen. Man sieht sehr viele Quickscope-Montagen, die nach folgendem Schema ablaufen, ja, Intro-Musik, sonst was, dann kommt Zeitlupe, dann was weiß ich, dann hast du passende Musik dazu, sieht man einen Quickscope-Kill, dann gibt es einen Schnitt, am besten noch neue Map, man sieht wieder einen Quickscope-Kill, Schnitt, nächste Szene wieder eins oder zwei Kills, also, Leute, wenn ich zwei, drei Stunden aufnehme, kriege ich das auch auf die Reihe. Und das ist mein Kritikpunkt an der eigentlichen Sache, einzelne zufällige Quickscope-Kills zu machen, ist echt kein Problem. Ist wirklich scheiß einfach, muss man an der Stelle vielleicht nochmal sagen, ist wirklich nicht schwierig. Was schwierig ist, und jetzt sind wir schon bei der Frage, ist es pro oder ist es low, erfordert das irgendwie was, erfordert das nichts. Was schwierig ist, ist das Ganze reproduzierbar zu schaffen und auch wirklich permanent gut zu spielen oder reproduzierbar gut zu spielen, halt mit Sniper-Quickscope only. Jemand, der das wirklich gut kann, der damit wirklich gute Runden hinlegt, da sage ich, vor dem habe ich auch wirklich Respekt, der hat es gelernt, der hat sich mit der Mechanik befasst, der kann es. Jemand, der ab und zu nur einfach irgendwelche random Low-Bob-Quickscope-Kills macht, der kann es nicht. Das Problem ist einfach, dass sich gerade diese Leute für die übertriebenen Quickscope-Kings halten und auch die sind, die das total vergöttern und total darauf abgehen. Und auch die, die ingame dann auch extremst rumflamen. Also vielleicht jetzt nochmal zu der Sache, ich denke, es ist schwierig, ich denke nicht, dass es einfach ist. Allerdings random einfach was treffen kann jeder. Das kann wirklich jeder und dementsprechend ist es auch nicht richtig, wenn jetzt Leute sagen, hey, es ist total Low, es erfordert gar nichts. Umgedreht kann man aber auch nicht sagen, es ist das Spielen in Vollendung. Es ist wie bei vielen Sachen, hat man es geübt, kann man es reproduzierbar gut, gehört was dazu. Trifft man einfach nur mal zufällig 1, 2 Quickscopes irgendwie so random, da kann man sich auch nichts drauf einbilden. Und das ist gerade mein Problem dabei, dass es überhaupt random Quickscope-Kills gibt. Guckt euch beispielsweise Counter-Strike an, da spielt jemand mit der AWP, spielt super. Der trifft nicht, weil er Glück hat, der trifft, weil er es kann. Und er trifft nur, weil er es kann. Der trifft nicht zufällig einmal, ja. Es mag da zwar auch, ich nenne es jetzt mal, Glückstreffer geben, so nach dem Motto, man schießt durch die Wand, weil man vermutet einen Gegnersteller. Das mag es auch geben, allerdings zu 99% derjenige, der mit der AWP trifft, trifft, weil er es kann. Und das ist meiner Meinung nach beim Quickscopen, vor allem in Black Ops 2, nicht unbedingt so gegeben. Man kann da auch wirklich Kills machen und mit ein bisschen Glück auch 1, 2, 3er Feeds, wenn man einfach Glück hat, obwohl man es eben nicht wirklich drauf hat. Jemand, der damit seine 5er, 6er Feeds macht, und ich meine mit Feeds jetzt in dem Fall nicht Bäm tot, Bäm tot, Bäm tot, also nicht wieder Asi Toni, sondern halt einfach eine Runde konstant spielt, Gegner in verschiedenen Situationen einfach killt, dadurch, dass er es beherrscht. Da habe ich wirklich Respekt vor, da kann ich sagen, hä, der kann es. Und wie ich schon so oft gesagt habe, der Random Faktor macht es meiner Meinung nach einfach ein bisschen problematisch, dass es einfach möglich ist, mit dieser Sache anderen Leute halt ihre Sache zu versauen, indem man einfach Random in die Richtung scoped, abdrückt und zufällig trifft. Random Bullet Spread, irgendwas, Auto Aim, was es auch immer sein mag, zufällig trifft, obwohl man eigentlich den Kill nicht verdient hat. Ist für mich auf der gleichen Ebene wie Panic Knife, irgendwelche C4 M-Coms beispielsweise, ist es ein anderes Game oder sonst was, sind einfach Kills, die man bekommt, ja, aber nicht, weil man sie verdient hat. Und jemand, der es kann, der es reproduzierbar auf die Reihe kriegt, der hat sie verdient. So, das ist meine Meinung zu der ganzen Quickscope-Geschichte. Ich glaube, ich habe mich jetzt auch da irgendwie an die 10, ach ist das scheiße, 9 Minuten habe ich mich darüber ausgelassen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich gemeint habe, oder was ich meine. Ich hoffe, ich habe das ganz gut ausgedrückt. Und es war jetzt weder geflamed, dass ich es gut noch, dass ich es schlecht finde. Ja, ich denke, es gehört was dazu, wenn man es wirklich gut kann, wie bei vielen anderen Sachen auch. Allerdings darf man sich nichts darauf einbilden, das ist mein letzter Satz, darf man sich nichts darauf einbilden, weil man 1, 2 random Quickscope-Kills kriegt, dass man jetzt der Ultra-Sniper-King ist. Und das ist das, was meiner Meinung nach viele Leute falsch machen. Und man sollte mit diesem fanatischen Quickscope Best Ever und Beste von allen mal aufhören und auch andere Spielweisen akzeptieren. Und wir gucken mal, wie es in Ghosts wird. Ghosts, das ist ja eine Mehrzahl, wie es in Ghosts wird. Ob es denn auch so übertrieben wird, vielleicht anders, vielleicht gar nicht möglich ist. Warten wir erstmal ab. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema denkt. Ich weiß, es ist ein heiß diskutiertes Thema. Deswegen finde ich es spannend, was ihr dazu sagt. Und jetzt macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss.